Ich programmiere gerade ein Seven vs. Wild-Spiel und da soll man so Fritz-mäßig Bäume fangen können. Baum! Neeein! Jetzt ist halt die Frage, was man mit den Bäumen macht. Ich hab mich gegen das klassische Inventar entschieden. Stattdessen kannst du den Baum so rumtragen. Aber weil die noch ein bisschen groß ist, hab ich das Palmmodell im Blender zerteilt. Im Spiel kannst du jetzt die Palmblätter abhacken und das Holz in kleinere Stücke schneiden. Die kannst du dann rumtragen und dir zum Beispiel so einen schönen Schelter hier bauen. Fehlt nur noch das Dach. Ja, so. Perfekt.